WDR 5 Westblick, das Landesmagazin, mit Wolfgang Mayer. Sie fahren angeblich wieder, also zumindest die S-Bahnen. 8, 11, 12, 13 und 19. Aber dafür warten Sie jetzt womöglich vergeblich auf diverse RBs und REs. Also die Personalprobleme der Deutschen Bahn, die müssten zügig gelöst werden. Darüber sprechen wir gleich. Apropos S-Bahn, wir sprechen auch über die essbare Stadt. Und darüber, dass arme Menschen mehr Entlastung brauchen, mehr Unterstützung. Das sagen jene Organisationen, die sich für arme Menschen einsetzen. Aber wie kann Entlastung aussehen? Das alles und mehr nur echt im Westblick. So, ich bin heute mit dem Auto hier. Ich gebe es ja zu. Ein wenig aus Bequemlichkeit und weil es draußen so schwül war. Vor allem aber ganz ehrlich, weil ich ansonsten nur die Möglichkeit gehabt hätte, zu Fuß auf den Bahngleisen zu laufen. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Zug gekommen wäre, tendierte gegen Null. Heute Morgen war das so und heute Mittag auch noch. Diverse S-Bahnen fahren jetzt angeblich wieder. Aber dafür stehen nun diverse Regionalexpresse und Regionalbahnen in den Depots. Personalmangel. Mein Kollege Tobias Sacher setzt uns auf die Schiene. Wie ist denn derzeit die Lage? Gefahren die S-Bahnen tatsächlich wieder? Ja, die fahren wieder. Also das waren die S8, S11, S12 und S13 und S19. Die waren angekündigterweise seit Donnerstag gar nicht mehr gefahren. Seit heute Morgen tun sie es wieder. Dafür gab es jede Menge Ausfälle auf anderen Linien. Und der Grund ist immer der gleiche. Sie sagen es kurzfristiger Personalmangel steht dann da auf der Homepage. Die Bahn sagt, es ist Haupturlaubszeit. Da sind Leute nicht da. Und dann sind auch noch besonders viele Leute krank aktuell. Deswegen gibt es diese Ausfälle. Heute hat es dann nicht mehr die S-Bahnen getroffen, sondern die Regios. Also bei den Regionalbahnen die 67, die 73, die 82 morgens. Alle Züge ausgefallen. Ja, und zum Teil dann auch bei den REs 13 und 14. Und in der Regionalbahn 46 heute über den Tag. Da spielt Corona natürlich auch noch mit eine Rolle. Nur mal eine Zahl. Jetzt in diesen Tagen liegen 17 Mal so viele Menschen mit Corona im Krankenhaus wie vor einem Jahr. Also auch deshalb ist diesen Sommer die Not besonders groß. Jetzt kann man sich Personal ja nicht backen. Also es geht jetzt immer so weiter, munter mit den Ausfällen? Ja, zum Teil schon, muss man sagen. Zum Beispiel steht schon fest, dass die RB 36 zwischen Duisburg, Ruhrort und Oberhausen länger ausfällt. Nämlich bis 31. Juli. Und bis 7. August fällt die RB 32 zwischen Duisburg und Dortmund aus und auch der RE 49 zwischen Wesel und Wuppertal. Auf der anderen Seite sagen die Verkehrsbetriebe, sie hoffen, dass das Ganze jetzt nicht mehr so schlimm wird die nächsten Wochen. Und die versuchen da auch alles, was geht. Nordwestbahn und Eurobahn, die überreden gerade die Mitarbeiter, dass sie ihren Urlaub verschieben oder dass sie mehr Überstunden machen und so ein paar Verbindungen retten. Und auch bei den Busbetrieben, da wird man erfinderisch. In Dortmund müssen im Prinzip alle ran, sagt Rainer Holub, der ist Leiter des Fahrbetriebs bei DSW 21. Manchmal, wenn ich morgens komme, dann ist hier überhaupt niemand im Büro. Die sind alle am Fahren. Auch unsere Teamleiter, unsere Führungsverantwortlichen müssen dann auch schon mal den ganzen Tag fahren, wenn es darauf ankommt. Ja, das also die Busse in Dortmund und in Aachen, da heißt der Busbetreiber Asiak, der krallt sich jetzt direkt die Fahrschüler und stellt die ein, obwohl sie noch gar keinen Bus fahren dürfen, sagt Sprecher Paul Hesel. Wir stellen auch Fahrerinnen und Fahrer ein, die noch keinen Führerschein haben und arbeiten dabei mit einer Fahrschule zusammen. Das heißt, die sind zuerst einige Monate bei dieser Fahrschule, um den Busführerschein zu machen und kommen dann zu uns und bekommen hier ihre Asiak-spezifische Ausbildung. Ja, und die Bahn, die kauft sich im Moment jede Menge Leilogführer. Ja, wenn die Bahn nicht fährt, ist sogar das 9-Euro-Ticket verhältnismäßig teuer. Sie haben es gesagt, also Grund für die Ausfälle, Personalmangel, Urlaubszeit, hoher Krankenstand, das betrifft ja nicht allein die Bahn, sondern haben wir auch immer mal wieder darüber berichtet, auch die Krankenhäuser, richtig? Absolut, die Deutsche Krankenhausgesellschaft spricht von weiter großen Problemen. Nochmal so eine Vergleichszahl, letztes Jahr um die Zeit lagen 75 Menschen mit Corona auf den Intensivstationen, aktuell 350, also fast fünfmal mehr. Dazu kommt, dass gerade die Personalsituation in den Kliniken nochmal besonders angespannt ist. Klar, auch Klinikpersonal wird krank und in der Pandemie haben besonders viele Mitarbeiter Überstunden angesammelt, weniger Urlaub genommen und das muss dann halt auch irgendwann mal kompensiert und abgebaut werden, weil die Klinikmitarbeiter natürlich auch ein Stück weit auf der letzten Rille laufen seit zwei Jahren und die Erholung auch natürlich nötig haben. Die Hälfte der Kliniken deutschlandweit arbeitet aktuell im eingeschränkten Betrieb wegen dieser Situation. Das heißt, geplante Operationen werden verschoben, die müssen aber natürlich dann auch irgendwann mal nachgeholt werden. Insofern sammelt sich da gerade immer mehr an. Die Kliniken haben da auch wenig Hoffnung auf Besserungen, dafür fehlt einfach zu viel Personal. Die Krankenhausgesellschaft spricht da von einer extremen Belastung im nunmehr dritten Jahr der Pandemie. Ja, manchmal denke ich, wir wälzen vielleicht doch ein bisschen zu viel ab auf unsere Kinder und Enkel, die dann alles werden wuppen müssen. Mein Kollege Tobias Sacher war das. Dankeschön. Der Westblick, ihr Landesmagazin auf WDR 5. Manchen Menschen geht es gerade überhaupt nicht gut, vor allem jenen, die wenig Geld haben und die jetzt auch noch vor der Herausforderung stehen, steigende Preise wuppen zu müssen. Und die Tafeln, wichtige und zuverlässige Anlaufstellen für an die 350.000 Menschen im Land, die sind auch gerade im Krisenmodus. Auch sie leiden zum Beispiel unter den hohen Spritkosten. Mein Kollege Peter Hild hat sich die aktuelle Situation mal genauer angeschaut. Heike von Gehr hat so eine Situation wie derzeit in den 28 Jahren, in denen sie die Düsseldorfer Tafel mitgegründet und geleitet hat, noch nicht erlebt. Zehn Ausgabestellen fahren ihre rund 50 Mitarbeiter täglich an, versorgen so etwa 8.000 Menschen in der Woche. Durch die gestiegenen Energiepreise hat die Tafel allein rund 1.000 Euro Mehrkosten für Benzin im Monat. Wir müssen sehen, dass wir auch Ruhe bewahren und auch bei den Ausgabestellen. Die müssen jetzt alle durchhalten. Es wird mehr, es kommen mehr Bedürftige und es ist schwieriger als vor einigen Jahren noch. Die Zuversicht lässt sich Heike von Gehr von der momentanen Lage jedoch nicht nehmen. Wie sagt der Rheinländer, es ist noch immer jötchen jange. Also bis heute ist es gut gegangen. Eine Antwort der Landesregierung auf eine kleine Anfrage der FDP zeigt jedoch, dass viele Tafeln in NRW derzeit auf Kante genäht sind. Mindestens 27 Tafeln haben einen Aufnahmestopp verhängt. Viele weitere Einrichtungen geben weniger Lebensmittel aus oder Bedürftige können sich dort seltener als sonst etwas zu essen holen. Petra Jung vom Landesverband der Tafeln in NRW. Es gibt auch in dem Bereich Lebensmittelspenden einfach Knappheit. Wir bekommen wenig Geldspenden und so ergibt sich ein kleiner Teufelskreis, dass sogar Aufnahmestopps verhängt werden landesweit überall, weil es eben hinten und vorne fehlt. Zum Beispiel auch an Ehrenamtlern. In Zeiten steigender Preise halten potenzielle Spender stärker ihr eigenes Geld zusammen, sagt Jung. Supermärkte kalkulierten knapper, sodass weniger für die Tafeln abfällt. Hoffnung macht ihr, dass die Tafeln im Koalitionsvertrag der neuen schwarz-grünen Landesregierung erstmals als offizieller Wohlfahrtsverband genannt werden. Gespräche über eine stärkere Unterstützung laufen bereits. Es wäre schon schön, wenn man mit ein bisschen weiterer Sicht einfach jetzt auch Büros, Organisationen, vor allen Dingen diese aufwendige Logistik auf solide finanzielle Beine stellen könnte, dass man zum Beispiel auch mal jemand anstellen könnte. Es gibt kein Ehrenamt ohne eine Festanstellung, ohne dass jemand ein Dreh- und Angelpunkt ist. Das Land fördert seit zwei Jahren den Aufbau von regionalen Verteilzentren der Tafeln mit insgesamt rund 850.000 Euro. Das Projekt läuft jedoch im kommenden Frühjahr aus. Außerdem gab es einmalig knapp eine Million Euro an Zuschüssen für Zusatzkosten durch Corona. Als dramatisch für ärmere Menschen beschreibt auch Martin Debener vom Paritätischen Wohlfahrtsverband NRW die derzeitige Situation. Die Jobcenter seien für Beratung und Leistungsvermittlung wegen der Pandemie immer noch schwer erreichbar, sagt er. Doch das Land könnte einiges verbessern, etwa mit einer langfristigen Unterstützung von Beratungsstellen. Das könnte man schon als Dauerlandesförderung auch mal entfristen. Wir werden immer nur für ein, zwei Jahre bewilligt. Es könnte auch deutlich gemacht werden, dass Erwerbslosenberatungsstellen nicht nur für Erwerbstätige sinnvoll sind, sondern durchaus auch für Rentnerinnen und Rentner. Auch das ist eine große Zielgruppe oder Alleinerziehende, die im Moment gar nicht auf den Arbeitsmarkt kommen. Klar ist für Debener, dass eine Entlastung für die Menschen schnell kommen müsse. Ein unbürokratischeres Bürgergeld, wie es Bundesarbeitsminister Heil angekündigt hat, begrüßt er, aber bitte nicht erst im nächsten Jahr. Die Zahlen in der Altersarmut steigen, die Kinderarmut, Alleinerziehendenarmut stagnieren auf hohem Niveau in NRW. Da hat sich nichts daran geändert. Das muss dringend angegangen werden und die Leute brauchen einen anderen Umgang, einen anderen Zugang. Wir brauchen einfach erheblich höhere Regelsätze und sind sehr gespannt, was denn da jetzt im Herbst vorgelegt wird. Nicht nur Martin Debener ist gespannt auf die kommenden Monate, auch Heike von Gehr von der Düsseldorfer Tafel. Denn trotz aller Zuversicht bleibt die Ungewissheit, wie es für ihre Einrichtung weitergeht. Es darf nicht weniger werden an Spenden, an Mitarbeiter, auch an finanziellen Spenden. Dann wird es schwierig. Und es gibt nicht nur schlechte, es gibt auch gute Nachrichten. Normalerweise machen Imker, jedenfalls die, die ich so kenne, eher einen besorgten Eindruck. Trotz des süßen Honigs, den sie ernten, sind die Probleme bitter. Krankheiten, Milben, Bienensterben, zu viele Schottergärten, irgendwas ist immer. Aber heute strahlen die meisten wie Honig, Kuchen, Pferde. So jedenfalls berichtet es mein Kollege Jan-Ulle Niemann. Viel Regen und dann Sonne wie Frühjahrsernte, die ist super. Hier ist die Königin, ein sehr fleißiges Mädel. So, ein wunderschönes Volk. Weitermachen. Reinhard Brandt Tönnies hält einen Holzrahmen mit einer Wabe in der Hand. Unter hunderten Bienen beobachtet er strahlend die Königin. Seit sechs Jahren ist er Hobby-Imker. Ihm macht vor allem das Pflegen der Bienen Spaß. Den Honig mag er pur, gar nicht so gerne. Ich bin jetzt nicht der typische Brötchen- und dann Honig-drauf-Esser. Also von malen Honigbrötchen ist schon in Ordnung. Aber regelmäßig ist das so nicht meins. Aber wie gesagt, kochen mit Honig. In seinen vier Kästen am Rande des Gartens in Riedberg-Mast-Holte summt und brummt es. Vor ein paar Tagen hat Reinhard Brandt Tönnies Honig geschleudert. Dabei ist er immer gespannt, wo seine Bienen unterwegs waren und wie sich das auf Ertrag und Geschmack auswirkt. Die Ernte in diesem Jahr, aus seiner Sicht zweigeteilt. Das Frühjahr war also sehr gut. Die Völker waren relativ früh zu Gang. Da, wo wir gestanden haben im Raps, der hat relativ spät geblüht. Von daher haben wir also einen sehr guten Rapsertrag. Der Sommerhonig liegt zu wünschen übrig. Die Hälfte von dem, was letztes Jahr war, liegt daran, dass es wahrscheinlich zu trocken ist. Genau, denen ist es auch zu warm. Da sind dann immer einzelne Bienen, die sitzen vor dem Flugloch und mit Flügelschlag pumpen die quasi frische Luft rein. Rainer Blum kniet vor seinem knallroten Bienenkasten. Direkt neben seinem Haus in Bielefeld. Heute ist es warm und trocken. So wie an vielen Tagen in den vergangenen Wochen. Darum ließ der Sommerertrag zu wünschen übrig. Das Bienenvolk im Roten Haus produzierte deutlich weniger, als Rainer Blum erwartet hatte. Trotzdem liebt der Imker in dritter Generation sein Hobby. Die Völkerentwicklung zu beobachten, wie die die Brut aufziehen. Und das macht dann einfach auch Spaß. Und das Honigernten, das gehört eben auch dazu. Gemeinsam mit seiner Frau Urschulab kümmert sich Rainer Blum um mehrere Völker. Bei allen war der Ertrag dieses Jahr unterdurchschnittlich. Und die Ernte schmeckte auch deutlich weniger nach Linde. Stattdessen nach vielen verschiedenen Blüten. Gerade, dass der Geschmack jedes Jahr anders ist, reizt Urschulab Blum. Das macht Freude, dann zu probieren und zu schmecken, was für Blüte ist drin in dem Honig. Das hängt von dem Ort, wo die Bienen stehen und was da gerade geboten wird für die Bienen. Dann lass uns den mal testen. Imker Reinhard Brandt Tönnies steht in Riedberg-Mastolte neben seinem Freund und Imker-Kollegen Johannes Mayer-Frankenfeld, der gerade Gläser mit Honig befüllt. Beide haben einen Plastiklöffel in der Hand. Sie tunken ihn in den weißen, frischen Rapshonig und probieren. So wie er sein soll. Cremig. Cremig. Mir schmeckt der gut. Vor allen Dingen, ich bin immer begeistert von der Konsistenz, wie er das hinkriegt. Das ist sein Geheimnis. Das Geheimnis des Honigs. Wie der im Sommer schmeckt, wird sich bei vielen Imkern in NRW bald zeigen. Es wird vermutlich wieder eng, etwa am Flughafen Düsseldorf. Die Gewerkschaft Verdi hat für den Mittwoch, also für übermorgen, einen ganztägigen Warnstreik des Lufthansa-Bodenpersonals angekündigt, beziehungsweise eben dieses Personal dazu aufgerufen. Martin Reschinski von Verdi mit der Begründung. Die Löhne und Vergütung bei der Lufthansa sind nicht mehr wettbewerbsfähig. Wir müssen da ordentlich drauflegen. Dazu ist die Lufthansa aktuell nicht im ausreichenden Maße bereit. Und deswegen werden die Beschäftigten am Mittwoch streiken. Die Bergische Universität in Wuppertal verweigert den Zugriff auf Informationen über den jüngsten Hackerangriff. Nur so viel, einige Systeme stehen offenbar gar nicht oder nur eingeschränkt zur Verfügung, darunter auch die Kommunikationskanäle. Die Dozenten seien derzeit nur telefonisch und sind somit sehr schlecht zu erreichen, sagt Student Janis Oberndörfer. Er sitzt im Studentenparlament. Was aber auch ein viel größeres Problem ist, dass wir momentan auf die Lernvideos nicht zugreifen können. Und gerade wir, wo wir uns in der Klausurenphase befinden, ist das wirklich ein Problem, weil wir können uns dann die Lernvideos nicht anschauen. Das heißt, wir können nicht richtig lernen. Und der eine oder andere hat mir auch schon gesagt, wie verzweifelt er ist, weil er einfach diese Probleme hat, weil er nicht so in seinem Lernplan vorankommt, wie er eigentlich vorankommen wollte. Wir haben hier kürzlich über das Pferd gesprochen, das bei einem Schützenumzug in Düsseldorf tot zusammengebrochen ist. Es hatte, sagt das untersuchende Veterinäramt, offenbar unter einer Herzschwäche gelitten. Ein offizielles Obduktionsergebnis gibt es aber nach wie vor noch nicht. Die Schützen wollen erst danach über weitere Schritte und mögliche Konsequenzen beraten. In den Dortmunder Westfalenhallen hat heute ein internationaler Trainerkongress begonnen. An die 1.000 lizenzierte Fußballlehrer wollen sich an drei Tagen weiterbilden. Mark Sense. In Deutschland gibt es 80 Millionen Bundestrainer und knapp 1.000 echte Fußballlehrer, also solche mit offizieller Trainerlizenz, sind ab heute in den Westfalenhallen. Auf dem Fortbildungsprogramm stehen Themen wie Mannschaftsführung, Spielerentwicklung oder die Nutzung technischer Hilfsmittel. Außerdem gibt es Praxiseinheiten auf dem BVB-Trainingsgelände. Zu den Referenten zählt u.a. Stefan Kunz, im Moment türkischer Nationaltrainer. Veranstalter ist der Bund deutscher Fußballlehrer. Dann habe ich noch das Wetter für Sie. Es kann auch heute Abend noch, v.a. so in dem Streifen von Ostwestfalen-Lippe bis zum Siegerland, kräftige Schauer oder auch Gewitter geben. Und dabei Starkregen und Hagel sind dabei möglich. Die Temperaturen liegen heute Abend um die 20 Grad. Morgen erst Sonne und Wolken, später dann Schauer. Und es wird deutlich kühler. 22 Grad in Dortmund, 23 in Jülich und in Siegen bis 24 Grad. Deine Kollegin Eva Karnowski berichtet heute zum Thema Haus ohne Kies. So hieß das heute Mittag in der Konferenz. Und bei mir im Kopf ist sofort der Gedanke, reingerastet wie ohne Kies. Man braucht doch, wenn man ein Haus baut, ausreichend Schotter, oder? Ja, vielleicht sogar beides. Und das reißt Löcher in die Landschaft. Und das ist das Thema. Bürgerinitiativen schimpfen über die vielen Baggerseen vom Kiesabbau und sagen, Leute, wir wollen nicht, dass immer weitere Acker- und Weideflächen dem Rohstoffhunger der Bauindustrie zum Opfer fallen. Deshalb denkt die neue Landesregierung über eine Rohstoffabgabe nach. Und über die Frage, wie könnte man denn z.B. Recyclingmaterial besser verwenden beim Bau? Es gibt Beispiele am Niederrhein. Ausgangspunkt war ein Rundflug über den Niederrhein. Und ich war erschrocken, wie viele Löcher da unten in der Landschaft waren, die man auf ebener Erde gar nicht sieht, wenn man überall fährt. Man sieht dann Gebüschstreifen, Zäune, man ahnt nicht, dass dahinter Wasserflächen sind. Ich habe mir gesagt, wenn ich mal baue, ich möchte nicht schuld daran sein, dass irgendwo ausgekiesst werden muss. Berichtet Krimi-Autor Erwin Kohl aus dem Städtchen Alpen. Seine Frau Bettina Kohl geht noch weiter. Wir wollten einfach so bauen, dass wir möglichst wenig Ressourcen verbrauchen. Oder wenn, dann nachwachsende Ressourcen. Im Münsterland fanden sie dann ein Unternehmen, das Holzhäuser baut und auch sonst die Ökologie auf seine Fahnen geschrieben hat. Im Unterschied zu Fertighäusern erlaubt es den Häuslebauern individuelle Planung. Am Haus selbst finden sich weder Sand noch Kies. Das Haus besteht aus Holzständerwerk, von nachwachsenden Bäumen, ganz wichtig für uns. Sie haben zwei Bretter da quasi nebeneinander gesetzt, Löcher gelassen. Und da wurden dann die Zeitungsreste oder die Zellulose reingeschossen. Die bilden die Isolationsschicht. Erwin Kohl hat sich schlau gemacht, woher die Papierreste stammen. Beispielsweise aus Druckereien. Bevor die Zeitung den Andruck, die werden die Rollen gewechselt. Und die werden normalerweise weggeschmissen. Und da gibt es Firmen, die kaufen die auf und machen daraus ein Zellulose. Sie schneiden dieses Papier in winzig kleine Stücke, versehen es mit einem Stoff, damit es nicht mehr brennbar ist und pusten es als Dämmstoff in unsere Zwischenwände rein. Das Haus der Familie ist weiß verputzt. Zumindest dort dürfte Sand aus den Baggerlöchern ringsum benutzt worden sein. Vermutet man doch. Auch da ist kein Kies drin. Da wird ein Material genommen, was in der Marmorindustrie abfällt. Das wird dann so verarbeitet, dass das dann wie Putze aussieht. Nur bei der Bodenplatte, auf der das Haus steht, kamen die Kohls um Beton nicht herum. Auch Recyclingmaterial ist verboten, sagt Bauunternehmer René Willnert von der Firma Wohnbehagen. Bei den Betonbodenplatten ist es so, dass wir da nach den statischen Erfordernissen den Baustoff wählen und darin auch noch Kies enthalten ist. Jedoch, wenn wir in unsere Nachbarländer gucken, Österreich und die Schweiz, dort ist es schon beaufsichtig zugelassen, dass Recyclingmaterialien wie Betonbruchteile mit in einem neuen Beton verwendet werden dürfen. Anteile liegen da zwischen 20 und 25 Prozent. Der Bauunternehmer wartet darauf, dass sich da die Vorschriften auch in Deutschland ändern. Unter den Bodenplatten verwendet seine Firma bereits recycelten Schotter. Denn der Rohstoff Naturschotter sei genauso knapp wie Kies und Sand, sagt Willnert. Das Ehepaar Kohl wollte auch unter den Wegen rund ums Haus recyceltes Material verwenden. Dafür musste eigens ein Gutachten eingeholt werden, denn es gilt, dass das Material vor der Verwendung aufwendig geprüft und zur Verwendung auf der Baustelle zertifiziert wird. Im Wasserschutzgebiet und bei geringem Abstand zum Grundwasser können gesonderte Regelungen gelten. Für den Einbau von Recyclingmaterial im Boden muss vorher eine Erlaubnis bei der unteren Wasserbehörde beantragt werden. Erläutert Eva Richard vom Kreis Wesel. Bei der Drainageschicht rund ums Haus kamen die Kohls um Kies aus Versicherungsgründen nicht herum, obwohl es sogar preiswertere Alternativen gegeben hätte. Ansonsten wäre die Gewährleistung verfallen für das Haus. Natürlich haben auch die Kohls vor dem Hausbaupreise verglichen. Der Quadratmeterpreis ist fast genauso hoch wie beim herkömmlichen Steinhaus. Aufgrund von guter Isolierung, Wärmepumpe und Photovoltaikanlage haben die Kohls Heizkosten von 16 bis 18 Euro im Monat. Wir zwingen mal nach Düsseldorf rüber. Düsseldorf ist schon eine nette Stadt. Ich darf das sagen. Ich komme weder von hier noch bin ich Kölner. Manche sagen sogar, die ich kenne, alt lässt sich durchaus trinken. Ich aber sage nun, Düsseldorf soll sich bald sogar essen lassen. Und das ist dann sogar gut fürs Klima. Mein Kollege Johannes Hoppe über die essbare Stadt. Wir haben dieses Jahr eben gesagt, jetzt geben wir der Erde wieder mal ein bisschen Ruhe und nehmen jetzt z.B. so was wie Karotten und ein bisschen Salat und da eine Kartoffel und dieses Mal ein bisschen weniger. Aber die Kinder wollen unbedingt noch eine Tomate haben. Also wahrscheinlich kommt auch noch eine große Tomate. Maximilian Fries steht an seinem Hochbeet an einer Hauptverkehrsstraße im Düsseldorfer Stadtteil Lierenfeld. Er ist schon in der 2. Pflanzsaison und bewirtschaftet das Beet zusammen mit einer weiteren Familie in seinem Haus für ein grüneres Düsseldorf. Hier stehen zwar Bäume und Hecken, aber es ist total schön, so einen Ort noch zu haben, wo man sieht, hier wächst auch was. Und ist auch total spannend, weil es bleiben ganz viele Leute stehen und gucken sich das an, da ist auch so ein Schild dran. Leute nehmen sich mit. Wir hatten jetzt hier, die man gar nicht mehr sieht, sind jetzt alle schon weg, Radieschen dazwischen gepflanzt. Die haben die Leute sich einfach rausgenommen, mitgenommen. Und das ist ja die Idee davon. Also, dass auch das Viertel so eine Möglichkeit hat, zu sehen, okay, man kann auch irgendwie selbst so sein Essen ein bisschen anbauen und das ganze Viertel ein bisschen grüner machen. Grün ist aber nur ein positiver Nebeneffekt des Hochbeets. Das hat nämlich auch einen erzieherischen Aspekt für die 3 kleinen Kinder von Max. Wir gehen jeden Morgen ans Beet und gucken, was passiert ist. Und die haben selber ausgesucht, was wir pflanzen und dürfen gießen. Also, das ist schon auch für die kleineren Kinder so eine, gerade wenn man hier mitten in der Stadt wohnt, einfach eine Beziehung zur Natur und zum Essen. Wo kommt mein Essen her aufzubauen? Das ist uns sehr wichtig. Wichtig kann so ein Hochbeet auch für ein Seniorenheim und seine Bewohner sein. Zum einen musste das Edmund-Hilward-Haus das beantragte Hochbeet im Wert von gut 1.000 Euro nicht selbst bezahlen. Und zum anderen ist es jeden Tag Treffpunkt für die älteren Menschen, die es selbst bepflanzen. Das ist schon überwältigend. Wir hatten zu Hause zwei Balkone, eine mit Sonne, eine ohne. Das war also super. Und das ist jetzt hier so eine kleine Erinnerung. Ich finde es also wirklich toll, dass verschiedene Sachen drin sind. Nur wäre es schön, haben wir eben noch gesagt, wenn wir mehr Fläche hätten, dass es mehr auseinander wäre. Dann würde auch noch mehr größer werden und so. Aber es ist wirklich prima. Und wenn es dann so richtig auch schön blüht, die Tomaten und so, es sieht auch obendrin noch schön aus. Im Moment gibt es etwa 100 dieser Beete in ganz Düsseldorf. Mit den vielen neuen Anträgen werden es am Ende des Jahres doppelt so viele sein, sagt Thomas Losen. Er leitet das Umweltamt in Düsseldorf und ist mit der Nachfrage mehr als zufrieden. Der Erfinder, so sage ich spaßhalber immer, ist eigentlich Herr von Ribbeck auf Ribbeck im Hafenland. Der hat mal einen Birnbaum gepflanzt, damit die Kinder und die Leute im Dorf sich bedienen können. Er hat sogar eine Birne mit ins Grab genommen, damit das über seinen Tod hinaus wirkt. Also der Birnbaum, der von allen genutzt wird, das ist die Grundidee, die schon lange da ist bei uns, aber im Laufe der Zeit etwas in Vergessenheit geraten ist. Hochbeetbesitzer wollen also etwas für ihre Mitmenschen tun. Umso unverständlicher ist es, dass sie manchmal Opfer von Vandalismus werden, wie zum Beispiel Max Fries. Wir hatten ein bisschen Gestänge aufgebaut für die Tomaten und das wurde halt eine Nacht entwendet. Das war halt sehr schade, so ärgerlich, aber das ist halt so. Wir haben es wieder aufgebaut und es passiert selten mal. Er würde sich dennoch immer wieder für ein Hochbeet in Düsseldorf entscheiden. In diesem Jahr können leider keine Anträge mehr gestellt werden. Doch wenn wieder Beete frei sind, ist das ganz einfach. Es war jetzlich irgendwie eine E-Mail mit unserer Quartiersmanagerin und dann kam irgendwann ein Laster mit einer Riesenpalette, wo alles dabei war. Wir haben das halt einfach zusammen als Nachmittagsaktivität aufgebaut, alles reingekippt, die Samen waren auch schon dabei und los ging's. Also wir freuen uns total, dass wir das haben. Und es sieht ja auch ganz gut aus und der Salat schmeckt lecker. Johannes Hoppe über die essbare Stadt. Ja, Düsseldorf scheint ganz lecker zu sein. Keine Ahnung, wie die Politikum-Kollegen auf diese Idee kommen konnten bei dieser Hitze. Sie sprechen über das Heizen. Darüber, wie man im Winter als armer Mensch, wenn man zum Heizen kaum Geld hat, nicht erfriert. Wie gesagt, cooles, heißes Thema. Heute in unserem Meinungsmagazin lege ich Ihnen warm ans Herz. Wir sind weg. Das war der Westblick. Ich bin Wolfgang Mayer. Schönen Abend noch, auch im Namen des Teams. Am Ende wird alles gut. WDR 5 bietet mehr. Westblick weiß, was Nordrhein-Westfalen ausmacht. In Politik, Gesellschaft, Wissenschaft und Kultur. Kultur pur bietet Skala. Von der Kleinen bis zur Großkunst. Wir erweitern Ihren Horizont über Spielpläne und Ausstellungen hinaus und reflektieren Kultur in allen Facetten und Erscheinungsformen. Skala. Aktuelles aus der Kultur. Auf WDR 5. Montag bis Freitag um 14.05 Uhr und um 21.05 Uhr. Und wann immer Sie wollen, wo immer Sie wollen, auch als Podcast. WDR 5. Ich will es wissen. WDR 5. 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 WDR 5.